So, willkommen zurück zu Let's Play. Tales of Gods, als letztes Mal haben wir die Wahrheit über den Vater erfahren, warum er all das gemacht hat. Und dann haben Sophie und Sherrya sich aus dem Staub gemacht und haben über Gefühle gesprochen, über Traurigkeit und alles. Und nun will Sophie etwas erzählen. Und was sie sagen will, das werden wir jetzt erfahren. Sherrya, sie hat gesagt, dass ich mit dir gesprochen habe. Sie hat? Sherrya, ich versuche. Asbel, du denkst, dass wir uns das gleiche sind? Ist das was Sherrya gesagt hat? Ja, ich glaube, wir sind irgendwie das gleiche. Wir beide machen unsere Gedanken und nicht zu hören, zu jemanden. Du denkst, dass du der einzige, der kann die Lambda zerstören. Und ich bin bereit, dass sie wegzunehmen. Und ohne dich zu sterben. Hold on, ich bin noch nicht fertig. Du hast so viel Leben left, Sophie. Du hast so viele Dinge zu sehen und lernen. Und das ist, warum du nicht rumschst, versuchen, sich zu schützen. Du weißt, ich meine, das macht Sinn, richtig? Ich bin sicher, dass alle Dinge Dinge, die du möchtest, sehen und machen kannst. Es gibt ein paar Dinge, die ich gerne sehen würde. Ich will sehen, dass die Zofairien eine Blossomgale zu werden. Oh, das ist richtig. Ich erinnere mich. Wir haben das gesprochen, wenn du sie sie plantiert hast. Du siehst? Es gibt noch so viel in diesem Welt, dass du selbst selbst brauchst. Also, das ist, warum du noch nicht mehr sterben kannst. Alle diese Dinge warten, die dich für dich warten. Wir sind gerade begonnen. Deine Leben, und unsere. Und wie sagt ihr, wenn ihr traurig werdet? Ja. Ja, dass Richard mit Lambda einsetzt und Lambda eine kleine Arschloche ist. Also, was passiert jetzt mit Lambda? Wir sollten sagen, dass Lambda bereits in der La Stahlia ist. Ja. 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 Ja, ja. 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 Ich will es schon. So was aber auch. Ja, jetzt sind überall wieder so neue Monster, so Nova-Monster plus die alten. Ja, genau. Genau. Als ich vor kurzem LAMBDA kämpfte, habe ich entschieden, dort zu schlafen, um die Elith zu regenerieren, die ich in der Kampf verloren habe. Und dann kamen wir Asbel und ich und dich vor sieben Jahren aufgewachsen, korrekt? Nein, ich aufgewachsen, weil LAMBDA wieder aktiv geworden ist. Schön, Hubert. Diese Plauderei habe ich auch noch nicht gekannt. Es ist schön, wenn man auch mal ein paar Sachen erfährt, die man selber noch nicht gekannt hat. Na, die Gegner, die lasse ich mal in Frieden. Oder auch nicht. Das war schon einfach. Na gut, das sind die ersten Gegner, die man tötet. Die allerersten. Das ist aber auch ein sehr schöner Ort. Obwohl, wenn hier mehr Blumen wären, dann definitiv. Ja, ja, so ist das halt. Ich bin jetzt. Erstmal, werde ich hier absorbieren. Und dann werde ich es mit dir. Ich bin jetzt. Das wird uns ermitteln, die Effekte der LAMBDA. Dann viel Spaß. Aber die ist sozial, sie teilt mit uns. Finde ich nett. Wow. Sie leuchten. Was für Drogen nehmt ihr? Dass sie leuchtet. Ihr seid doch echt bekloppt. Ha! Die Leuchtdroge. Auch genannt. Glühwürmchen. Ja, ihr habt sehr viele Glühwürmchen in euch. Wohin, ihr habt echt in die Horde gemacht. Ja. Sophie. Okay, wir sollten jetzt bereit sein. Sophie hat uns das Kraft gegeben, die wir brauchen, um die Lambda in unserer finalen Showdown zu treffen. Ja. Wenn wir es mit uns benutzen, dann wird es keine Chance für Sophie zu verabschieden. Ja! Ich werde mich wie, BOW! Und dann Lambda wird mich wie, NOOOOO! Wir sind alle in das zusammen, Sophie. Also sprichst du, dass du nichts falsch machen kannst. Sie wollen auch das Gameplay. All right. Hört, los. Wie können wir das nicht sehen? Oh ja. Ich werde es tun. Wir können euch ja nicht machen. Wir können jetzt sein. Schau doch. Aber... Nö. Das betrifft dich nicht, Asbel. Geh raus! Warum? Was habe ich jetzt gemacht? Sie liebt ihn, aber sie ist wunderschön. Ist das, was sie bedeutet, dass Menschen wunderschön, weil sie schade sind? Die Gefühle sind schwierig. Ich weiß, was du denkst, Sharia. Je mehr menschlich sie wird, je mehr schwierig ihre Behaviour kann. Nein, das ist... Das ist nicht, was ich überhaupt dachte. Oh, wir verlegen die es. Schön. Ja, rein theoretisch gesehen könnten wir jetzt Richtung Showdown gehen. Aber nein, werden wir noch nicht machen. Ich will gucken, dass wir vielleicht noch ein paar Aufträge erledigen. Noch mal in die Städte zurückreisen. Gucken, ob da noch was machbar ist. Wow. Wir haben geleuchtet. Und, und, und. Aber... Ja. Und natürlich gehen wir vorher noch laut und erholen uns da ein bisschen. Ähm. Ah, ich glaube, Shuttleson hat mir gleich erklärt, wie es genau funktioniert. ich meine man könnte Schatten gleich noch mal benutzen so wie wir es wollen ich habe wo Gott ehrlich gesagt keine Ahnung ob es wirklich so ist ja auf jeden Fall die Hauptstory bleibt nicht in Ende mit Rüstung mit dem Square tomorrow morning sleep if you can und make whatever preparations you require understood ja und jetzt können wir noch mal ein bisschen rumlaufen und gucken ob wir noch irgendwie paar interessante Gespräche oder so mitbekommen hallo ja ist wahrscheinlich gerade mit den Hund Gassi gegangen dann halt nix und wir hier noch was schönes ah Hubert was gibst du da von Wissen zählst du mir blöde can't sleep Hubert I could ask the same of you but as you're here there's something we should talk about when this is over I'm going to ask the president of Strada to withdraw his forces from Lant if he agrees you will become the lord of Lant in both name and deed I trust you find this acceptable Hubert you would do that I've worked long and hard about who should be entrusted with Lant but in the end you are the only real choice however at the moment this idea ends with me I do not know how the president will react I understand but I'm still grateful thank you bitte schön the next time I visit Lant I'll come as family after all people will rest easier if someone is looking over your shoulder you have no idea how much trouble it is having you as an older brother I can only guess enough I should rest sleep well Hubert okay good night I wonder if everyone else is asleep das werden wir rausbekommen Hubert what are you doing here? jetzt ist er von mir wieder da hm oder hab ich gerade übersehen einfach nur is it wrong for a son to visit his mother? no not at all I'm very pleased to see you would you like some tea? frederick has just brought back the most wonderful blend tea would be wonderful good I'll go and prepare some right away thank you mother awww wie schön gibt's dir noch mehr was? kann ich auch mit tee trinken? wie lange ist das da die ganze zeit echt? es ist lange her seit wir uns entspannt zum tee trinken konnten wie jetzt möchtest du etwa tee mit uns trinken? ja aber anscheinend darf ich nicht ihr seid doch doof ihr seid doof ne hier gibt's auch keine Klauterei soo-fiii ja it's late Sophie what are you doing up? when will the sulferius become a blossom gale? i don't know we might have to ask my mother she used to love tending the garden although i don't think she's been here since dad died she says there's no one left to enjoy the flowers i never knew my father liked flowers at all can i ask something? are you sad that your father died? yeah are you sad that your father died? i'm sure we'd have been able to if he was still around i'm sure we'd have been able to if he was still around so yeah you could say i'm sad about that i guess i'm better at solving other people's problems than dealing with my own anyway once everything's over we'll come back here maybe then we'll be able to see the blossom gale when we come back when we come back yeah so we have to make sure we survive right? i want to see the blossom gale with you i mean it i know i like that too it's really late you should get some sleep what about you? i'll sleep soon i promise goodnight sophie okay goodnight goodnight we're all coming back we're all coming back we're all coming back we're all coming back including sophie and richard is it really so crazy for you? no, in hoffnung sollte man immer haben so, ich gehe ich noch speichern und dann würde ich sagen war das für heute Tales of Grace wie es weitergeht das wäre bei nächsten Partie also dann bitte nix mal tschüss